Hallo an alle da draußen aus dem Chaos Troller Studio in Hamburg. Ich freue mich jetzt das Projekt Romanica Fava begrüßen zu dürfen. Romanica Fava ist eine Anlaufstelle und Beratungsstelle für Roma und Romnia in Hamburg und heute zu Gast im Studio haben wir die beiden Aktivistinnen Nina und Sumreta und die werden euch jetzt mehr über das Projekt erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo, guten Tag von allen. Ich bin Sumreta von Romanica Fava. Ich leite auch Romanica Fava in Willensburg in Muckrich und ich wollte auch sagen wie wir haben auch gegründet und wie ist es auch heute der Stand. Genau. Hallo, ich bin Nina. Ich arbeite, ich durfte Sumreta vor fünf Jahren ungefähr kennenlernen und seitdem lernen wir uns immer jeden Tag besser kennen und ich freue mich total, dass wir hier gemeinsam das Romanica Fava vorstellen dürfen. Wir haben gesagt, wir fangen erstmal ein bisschen an, dass Sumreta von sich erzählt. Eine sehr spannende und durchgedrehte Lebensgeschichte, von der ich immer noch nicht alles weiß. Sumreta, du bist vor Jahren aus Montenegro geflohen. Warum und was waren deine Wege bis hierher? Genau, das ist auch viel Erinnerung, auch noch geblieben nach 30 Jahren fast. Ich bin geboren in Montenegro, aber ich bin staatenlos und ich bin schon fast 30 Jahre auch in Hamburg und in Europa. Wieso ich habe hier gekommen? Ich wollte auch da leben und da eine Zukunft zu haben, auch in meinem Land, aber das ging nicht, weil die haben auch unsere Hauskrisen kaputt gemacht und wir sind auch verfolgt. Darum sind wir auch in Europa. Und was ist, wie war dein Weg, bis du schließlich nach Deutschland gekommen bist? Was waren da für Stationen und was hast du erlebt auf dem Weg auch? Also ehrlich zu sagen, wir haben auch mit meinen zwei Tochtern hier gekommen, mit meinem Mann. Das war auch ganz schwer. Ich habe illegal gekommen damals und wir wussten auch nicht die Sprache natürlich und das war ganz schwer. Dann wir haben auch geblieben, auch hier 14 Jahre. Dann nach 14 Jahre, also diese 14 Jahre, das war ganz viel mit Angst. Abschiebungen ist jeden Tag vor die Tür und dann also das war 14 Jahre so wie ein Geschlossener da in die Wohnung und wir haben nur gewartet, wann wir gehen auch zurück. Und wir wollten das auch nicht zurückgehen, aber das wäre auch mit Zwang. Und dann also einmal, wir haben auch gedacht, wir gehen auch, wenn die sagen, wir müssen gehen, auch in Montenegro und wir sind auch verfolgt. Dann wir haben auch überlegt, zu gehen, auch in Italien, dann Frankreich. Dann wir wollen noch in Montenegro zu gucken, ist etwas geändert, wollen wir etwas starten. Aber das war ganz schwierig, das passiert dann schlimmer. Wenn wir waren, auch in Robben, Italien, so war ganz schwer, viel Armut. In Roma, die leben, die leben, die leben, die leben, die leben ohne Wasser, ohne Strom. Und meine Kinder, die waren auch gewöhnt hier. Wir hatten noch drei Zimmer, das war super und die wissen auch nicht, dieses Leben. Wir konnten auch nicht da bleiben. Dann wir waren auch in Frankreich. In Frankreich war besser. Also die Leute, die waren auch freundlicher. Ich hatte Angst erst mal. Die Sprache natürlich auch schwer. In jedem Land eine andere Sprache. Also das war auch anders. Die waren auch im Camping. Die Leute, die Leute von Secrude Poporel und die anderen, wie hier Caritas, die haben uns auch viel geholfen, mit Lebensmitteln, mit Kleidern und viele andere Familien. Wir haben auch viele Fotos zu zeigen. Ja, dann mit Kindern auch ganz schwer. Es ist kalt und die haben keinen Strom und dann die die haben noch Schule gefunden. Für die Kinder. Natürlich meine Kinder, die waren auch hier in der Schule, achte Klasse, zehnte. Aber die könnten auch nicht weitergehen, weil wir hatten Abschiebung. Aber trotzdem, ich habe auch meine Kinder da geschickt. Auch wir hatten keinen Ausweis auch in Frankreich. Die waren auch in der Schule. Dann wir waren auch in Belgien. Dann später. Wir konnten auch nicht in Frankreich bleiben. Wir hatten kein Haus. Wir hatten vom Sozialamt nicht so viel Hilfe. Dann wir waren auch in Belgien. In Belgien ist es auch schwer mit Roma, überall. In Belgien ist auch ein Lager. Wir mussten noch zehn Personen schlafen. Und das ist ein kleines Zimmer mit anderen fremden Leuten. Wir konnten auch nicht da viel bleiben. Also wir haben auch vielleicht drei, vier Monate da geblieben. Und dann wir waren auch in Schweden. Lange Weg. Ich erzähle nur kurz, dass es auch viel passiert, auch in diesem Weg, in diesem Notfallweg. Aber dann in Schweden. Ich war mit meinem Sohn schwanger. Ich war sehr krank. Die Schwangerschaft war Risiko. Ich hatte auch meinen Sohn gehabt da im siebten Monat. Das war von viel Stress. Und ich war auch in Lebensgefahr. Dann ich habe da geblieben noch vier Monate. Dann die haben mich auch abschieben wieder in Frankreich. Mit meinen ganzen Kindern. Ich war da in Frankreich ohne Auto, ohne gar nichts, ohne irgendwo zu schlafen. Kein Zelt, gar nichts. Und ich habe gesagt, ich brauche Hilfe von jemandem. Wo kann ich auch gehen und Hilfe brauche ich? Also das war ganz schwierig. Dann ich habe auch gedacht, wenn es so nette Leute. Er hat mich auch Frankreich ein bisschen Mut gegeben, ehrlich zu sagen, wo kann ich auch reden mit Menschen. Wir sagen auch mit Gadje, wie Rauma. Wo ich habe ein bisschen Vertrauen. Wo kann ich auch sagen, ich will auch nicht in dieses Land andere gehen. Ich will hier bleiben mit meinen Kindern. Ich will hier meine Kinder strukturell in die Schule schicken. Und eine Zukunft für meine Kinder nicht, wie ich habe gelebt, auch in anderen Ländern. Dann war so viel Mut da. Dann ich habe wieder in Deutschland. Ich wollte auch nicht in Deutschland. Das ist ein langer Weg. Deutschland, Belgien, tut mir leid. Ich weiß nicht, welches Land ist jetzt in der Reihe. Dann war ich in Deutschland dann wieder. Ich musste kommen. Und das war auch für meine Kinder ein großer Wunsch, zurückzukommen. Die haben jeden Tag mit mir geredet. Aber ich hatte viel Angst, wieder zurückzukommen. Weil ich wollte auch nicht mehr in Montenegro, weil es war viel Gewalt, auch mit meinen Töchtern. Die sind noch hier gewachsen, in die Schule gegangen. Und dann wieder in Montenegro. Dann viel Stress und ich auch. Natürlich, das war eine ganz große Situation. Und wo ich war in Deutschland, dann ich habe gesagt, die abschieben wieder. Dann, also das war Fluchtbote. Fluchtbote hat mir sehr viel geholfen. Dann war ganz wie anders. Dann ich habe gesagt, oh mein Gott, da gibt es auch einen Verein oder ein, wie kann ich auch erzählen? Eine Initiative. Genau, genau. Das war auch nicht früher sowas. Dann ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, auch jemandem zu helfen, wie ich war, auch in dieser Situation. Dann ich wollte auch gerne helfen, andere Menschen. Jetzt hast du schon ganz viele Sachen erzählt. Auf einmal versuche ich nochmal. Vielleicht fangen wir einmal noch bei der Frage an. Du hast ja erzählt, und das ist ja ein Problem, was wir oft haben im Romanica Fava, dass du von vielen Ländern, in viele Länder gereist bist und immer hattest du das Problem, dass du keinen Pass hattest. Und dass du gar nicht genau weißt, wo bin ich eigentlich registriert und wie komme ich quasi weiter. Kannst du vielleicht darüber noch erzählen, warum ist das so? Warum ist das ein Problem, das viele Roma und Romnia haben? Also ja, tatsächlich, das ist auch viel Problem. Ich bin fast auch gesagt, 30 Jahre hier. Ich habe jetzt eine Aufenthaltererlaubnis, Gott sei Dank, in drei Jahren gekriegt. Was man sagen muss, diesen Aufenthaltstitel hast du jetzt seit einem Jahr. Ja. Und du warst vorher, hast du zwölf Jahre lang darum gekämpft, richtig? Ja, richtig. Ja, okay. Genau. Und was sind die Hürden? Warum ist das so schwierig? Das ist schwierig, weil wir sind doch Roma. Wir wollten auch unsere Pässe haben, natürlich wie andere Menschen. Und wir sind auch Menschen, aber viele, die artizieren noch nichts, weil wir sind Roma. Die sagen Zigeuner. Weil wir sind auch, wir gehen auch in den Stadensal und wir wollten auch von unseren Kindern Pässe haben. Aber die wollen nicht weiter für unsere Kinder, für unsere Eltern. Unsere Eltern, die wollen auch nicht registrieren in Montenegro, in Serbien, im Balkan. Und darum gibt es auch von Roma, das verstehe ich nicht. Wenn wir gehen aus der Behörde oder in eine Behörde, die wollen uns nicht registrieren. Und wir kämpfen auch natürlich. Viele Romner, die haben seine Kinder auch zu Hause im Bündnis. Also das heißt, viele Kinder sind zu Hause geboren und werden nirgendwo registriert. Das heißt, sie haben keine Staatsangehörigkeit. Und was du auch nochmal beschrieben hast, was du ja auch vorher schon gesagt hast, diese Gewalt, die ihr auch in den Behörden in Montenegro erlebt habt oder in Kosovo oder Serbien, die viele der Familien ja beschreiben, dass quasi die Länder wollen keine Registrierung hergeben und damit hast du keinen Pass in Deutschland. Und du hattest in den zwölf Jahren, bevor du deinen Aufenthalt bekommen hast, hattest du eine sogenannte Duldung. Ja. Ich glaube, nicht alle wissen, was das ist. Kannst du erzählen, was das ist? Duldung, ich habe auch dabei jetzt für meine Kinder. Meine Kinder, die sind noch geboren hier. Mein Sohn ist noch 30 Jahre und der kleinste ist 15 Jahre und die haben noch Duldung. Duldung ist, weil wir keine Pässe haben, die sagen, wir können auch nicht diese Pässe kriegen. Wir haben versucht, in Frankfurt, das ist auch für die Montenegro zuständig, wo die auch Pässe geben. Die Botschaft. Die Botschaft, genau. Wir waren ungefähr 20, 30 Mal da und die wollen noch nicht geben, gar nichts zum Registrieren. Die geben uns nur eine Zettel und diese Zettel, wir erwarten schon zwei, drei Jahre. Und wenn wir erwarten, diese Zettel zwei Jahre oder ein Jahr, drei Jahre, verschiedene, dann wir bringen auch eine Ausländerbehörde. Das ist auch nicht gültig dann. Wir können auch nicht weitergehen. Das ist wie ein Teufelskreis. Also Duldung ist geduldig, 30 Jahre, 40 Jahre. Jedes Mal drei Monate, wir kriegen auch eine Duldung. Und da steht auch drin Abschiebung. Wenn es ist auch, wenn wir haben, Beispiel drei Monate verlängert, wir können, die können noch uns abschieben, auch früher. Und wir wissen nicht wann. Nacht oder Tag, die kommen einfach rein und wir müssen noch unsere Koffer packen und die andere Familie auch. Das ist noch heute. Viele auch in dieses Jahr, auch viel mit Corona. Dann die haben Abschiebung. Dann verstehe ich nicht auch, wieso. Weil die haben diesen Staaten auch. Die versuchen, viele Roma, seine Dokumente auch zu kriegen. Aber wenn wir haben auch keine Hilfe von Politikern, kann man sagen, wir können noch nicht weiter. Wir sind ganz wenig, ganz kleine von anderen Behörden. Bei dem, was Du erzählst und auch in dem Gespräch, als wir das hier heute vorbereitet haben, hast Du immer wieder gesagt, oder das kommt ja auch raus, dass Du hast so viel Gewalt erlebt und auch so viel Angst gehabt. Und trotzdem sitzt Du jetzt hier und bist, und so wie ich Dich vor fünf Jahren kennengelernt habe, bist Du so stark und kämpfst auch für andere und setzt Dich ein für andere. Kannst Du vielleicht nochmal erzählen, was gibt Dir diese Kraft und woher nimmst Du die und wie kam das? Ehrlich zu sagen, ich war auch in Café Nova, das ist auch in Willensburg, in Ferdel. Da gibt es auch eine kleine Kirche da und da gibt es auch tolle, schöne Frauen, ehrlich, wo, die haben auch viel Mut mir gegeben, wo kann ich auch mit, natürlich mit anderen auch in Kontakt bleiben und weiterzugehen. Und dann, ich habe gesagt, ich will auch helfen, das war mein großer Wunsch. Und die haben mir auch viel Mut gegeben, dass die auch weiter schaffen, dass es auch viele Familien dort, wo die unsere Hilfe brauchen. In Hamburg, wenn, wir haben sowas nicht wie Romanica Fava oder Polyklinik, das ist auch ein Arzt da, eine Beratung, auch in Ferdel. Und Café Nova, das ist auch eine Beratung, Sozialberatung, da kommen auch viele Menschen da, in Hamburg, von allen Ländern, die rufen mich auch an. Und ganz Deutschland, die haben auch nicht sowas wie in anderen Stadtteilen, auch in Deutschland natürlich eine andere Stadt. Es sind auch viele Roma in Lager, in Schwierigkeiten, die kommen auch bei uns in Willensburg oder die rufen an. Und dann, die fragen mich und dann, die kommen mit Terminen natürlich und wir helfen, was auch im Hilfsbereich da ist. Und ich habe auch kennengelernt, viele Leute auch, viele Nachbarschaft, viele Netze, ich bin jetzt, aber ich will noch helfen. Wir haben auch nicht viel Finanzierung, ehrlich zu sagen, und die Familie, die kommen auch mit kranchen Kindern, selber krank. Und das ist auch ein Arzt da, Gott sei Dank, da gibt es einen Arzt, wo die kontrollieren weiter, erstmal ohne AOK. Dann später, wir telefonieren natürlich bei Medi-Büro und dann wir kriegen welche Edikamente. Das ist super, also wo gibt es diese Hilfe? Und jetzt hast du ganz viel erzählt über Hilfe und wie die Familien, die zu dir kommen. Aber wir oder du, wir haben ja auch ganz viele andere Sachen noch gemacht. Was ist denn noch außer helfen, ein wichtiger Punkt von dir? Ja, das ist auch ehrlich zu sagen, das war auch schön. In Willensburg, ich habe auch gewohnt, ein Viertel, zehn Jahre. Und das war für mich wie, wie groß sind meine Wünsche, die wir auch in Wahrgefühlen. Und das war für mich mit der Gesellschaft ganz nah. Ich habe auch Theater gespielt, zweimal. Ich habe Mode schauen, von Romnia auch strukturell auch gezeigt. Veranstaltungen viel gemacht und er hat mir auch Christian natürlich und seine Freunde auch geholfen. Also Uschi, Mardu, Sina und Tonina natürlich. Ich bedanke mich von allen. Und das ist auch da, wo ich, wir haben auch mit Kindern auch Theater gemacht, von Roma. Und das ist auch noch geblieben für die Kinder, die wollen auch weiter machen. Was die haben auch gemacht, auch mit Flyflitzer, also Ausflüge. Wir haben schöne Sachen gemacht, auch Ausstattung, also Festival. Wir haben ein großes Festival gemacht, drei Wochen in Willensburg, in Viertel. Und natürlich, wir haben auch Demo gemacht. Na endlich, Demo. Ja. Viel Demo haben wir gemacht. Ja, viel Demo. Für was denn zum Beispiel? Also erst mal Demo, wir haben gemacht, von Abschiebungen. Das ist auch ganz schwer, auch von heute. Die kämpfen auch viele Menschen wegen Abschiebungen, wegen Staatenlos. Die haben auch Staatenlos, die sind auch nicht geboren in dieser Stadt, zum Beispiel in Bosnien. Die haben Staatenlos, aber die haben Abschiebungen, die schieben auch in Serbien. Und das ist nicht okay so. Und darum, wir haben auch viele Demos gemacht. Und wir kämpfen auch weiter. Und mit Corona jetzt, also das ist auch krass. Jeden Tag, die haben auch Abschiebungen, die Familie. Und die haben nichts da, gar nichts. Also kein Haus, keine Finanzierung mit den Kindern, keine Medikamenten. Und das ist schwer. Medikamente, wo die haben auch nicht, wenn die sind Staatenlos, die haben auch natürlich keine AOK. Auch in seinen Ländern. Und vielleicht kann man ja nochmal kurz sagen, wir haben ja in den letzten Jahren auch festgestellt, dass eigentlich, zumindest war das gestern, als wir darüber geredet haben, dass eigentlich jedes Jahr, so im Herbst, Winter, nehmen die Abschiebungen zu. So, dass man eigentlich weiß, die Menschen werden abgeschoben in ein Land, in dem bald Schnee fällt, in dem sie wahrscheinlich in einer Behausung wohnen ohne Wasser und ohne Heizung. Und es ist eigentlich quasi gerade jetzt auch nochmal in diesen Corona-Zeiten extrem schwer, irgendwas dagegen zu tun, dass diese Menschen abgeschoben werden. Und gerade auch junge Menschen. Wir hatten gerade erst, kam aus Göttingen das Beispiel von einem jungen Erwachsenen, was auch öfter in Hamburg der Fall war, dass in dem Moment, in dem Jugendliche 18 werden, werden sie als Erwachsene gezählt und können abgeschoben werden, ohne ihre Eltern, ohne ihre Schwestern, obwohl diese Kinder in Deutschland geboren worden sind. Aber aufgrund dieser fehlenden Pässe, sie immer noch in einem Duldungszustand sind und eigentlich staatenlos sind, es aber nicht anerkannt wird. Das sind ja ganz viele, ganz schön schwere Themen, die wir da oft haben und die ganz schön traurig auch machen. Wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um? Was tust du, um mit diesen Themen voranzukommen? Ja, das ist auch wahr. Wir haben auch Junge von Roma, die sind auch geboren hier und die kommen bei uns, weiter in die Schule zu gehen oder Ausbildung zu machen. Von Ausbildung, wir haben jetzt ein neues Projekt aufgemacht, von der Mädchengruppe, das ist auch meine Kollegin da, Maya, wo die führt, auch diese Gruppe. Und ich habe auch mit der Frauengruppe gemacht, ein bisschen auch von dieser Situation rauszunehmen und zu reden mit den Frauen, ein bisschen Mut zu geben, ein bisschen nähen. Aber das ist auch, wir kommen auch zurück jetzt. Also die Kinder, das ist auch schwer, ehrlich, weil die haben auch diese Duldung, die können auch nicht weitergehen, also Ausbildung. Die haben auch 10. Klasse gemacht, 1. Klasse, dann können auch nicht weitergehen, das ist schwer zu finden, was. Wir versuchen, was zu finden, aber wenn wir finden was und dann natürlich, wir finden was mit Stempel, mit Dokumenten, alles und dann wir bringen das in die Ausbilderbehörde, die akzeptieren das, Ablehnung. Akzeptieren das nicht. Genau, die akzeptieren das nicht und wir machen wieder Widerspruch und wir müssen auch lange warten und dann die Kinder, die verlieren auch seinen Mut, seinen Stolz. Die wissen auch viel, unsere Kinder, also die finden, das ist auch, die sind viel schlauer, viel intelligent, auch zu schreiben und lesen, Sprache und die wollten auch weitergehen, natürlich. Nur wir brauchen Unterstützung, wie kann man auch weitergehen? Ohne Begleitung, wenn die gehen auch nach der Behörde, zu sagen, wir brauchen eine Erlaubnis zum Arbeiten, die kriegen auch das nicht. Wenn wir einen Antrag machen, wir warten lange und dann die gehen auch diese Arbeit, dann ist es weg. Also die sind ganz traurig, die Familie. Ja, das ist ja wirklich eine Beobachtung, die wir oft machen, dass egal, ob es um Arbeit oder Ausbildung geht, der Ausländerbehörde oft drei oder vier Arbeitsverträge vorgelegt werden, aber jeder wird abgelehnt und damit gibt es keine Arbeitserlaubnis und damit kann keine Ausbildung angefangen werden und kein Beruf ausgeübt werden. Das ist super frustrierend und ich merke manchmal, ich bin einfach richtig wütend und manchmal richtig traurig und trotzdem bin ich, das finde ich so toll am Romanica Fava und da bist du einfach so eine zentrale Kraft, die immer wieder neue Leute und neue Netzwerke dazu holt und immer wieder sagt, wir müssen aber weitermachen. Ja, genau. Ich bin auch schon lange da, wie gesagt, aber jetzt, ich wohne nicht da und ich bin auch sehr traurig, ehrlich, wo ich wohne, nicht in Willensburg, in Pädel. Die Verwaltung, ich habe in der Unterkunft gewohnt, auch zehn Jahre und dann, die haben auch gesagt, das wird auch gerissen da, ich muss weggehen und alle anderen Familien, aber nicht in einer anderen Unterkunft, so normalen, mit den Häusern, so normalen Wänden, sondern im Container, dann die Familien, die waren auch alle gestresst, die waren in Trauer, die waren nicht mit jemandem zu reden, nur mit mir. Dann für jede Familie, die haben auch nicht schön gekriegt, ehrlich, mit sieben Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Vielleicht, ich sage nochmal kurz, du redest, sprichst gerade von den Familien, die in der Unterkunft an der Hafenbahn in Hamburg gewohnt haben, die letzten zehn Jahre. Genau. Ja, die jetzt alle bis Dezember ausziehen mussten. Ja. Und jetzt, ich wohne auch nicht da, ich wohne in Altona und es ist mir ganz schwer, weil das ist auch, die waren auch meine Freunde da, Gesellschaft, die ich hatte, ich habe meine Kinder, die waren auch in der Schule da, meine Arbeit da natürlich und für andere Familien, wo die sind auch, die waren auch viel krank und allein Mutter ziehen und jetzt, die gehen auch, die haben auch die Familie gefunden, Container, aber weit, Norderstedt oder Rahlstedt, das ist ganz weit und manche Familien, die wissen auch nicht die Sprache und die sind krank und das war ganz schwer und dann, wir haben auch Demo gemacht da, genau. Genau, da laufen gerade ein paar Fotos durch von der Demo, da hast du dieses Schild in der Hand, redet mit uns. Ja. Magst du dazu noch was erzählen oder sprichst du für dich? Ja, genau. Wir waren auch, wir haben gewartet natürlich, was wir kriegen von Fedel, eine andere Unterkunft, aber vernünftig. Wir wollten keine Villa oder sowas, ein Haus, nur eine vernünftige Wohnung mit sieben Personen, mit fünf Personen, vier Zimmer oder drei Zimmer, aber die wollten noch nicht mit uns reden. Weiter, nur, wir hatten so einen Brief in die Hand gedrückt, in zwei Monaten, wir mussten weg. Dann, wir haben gesagt, okay, in zwei Monaten, wir gucken, zu suchen was mit Poliklinik oder Kaffee Nova und mit Romanikafawa, genau. Und dann war von zwei Wochen, war die Verwaltung da, die haben gesagt, ja, wir haben gefunden, von einer Familie in Bergedorf, dann war die Familie, die wohnt nicht. So schnell war das und wir sind da zehn Jahre. Wir haben auch gar nicht geparkt zum Abschied oder sowas. Das war ganz schnell. Und darum, wir haben auch diese Demo gemacht und die Familie, die sind noch nicht zufrieden. Es gibt auch immer noch kein zugesagtes, also die Hafenbahn wird abgerissen und es sollen neue Gebäude gebaut werden, aber es gibt immer noch keine Zusage darüber, ob am Ende, wenn die schönen neuen Häuser stehen, ihr dahin zurückziehen dürft oder nicht. Und es ist auch teilweise immer noch, also eben, was du ja schon gesagt hast, dass manchmal eine Familie, eine siebenköpfige Familie in drei Zimmer ziehen muss oder so. Also da ist ganz schön viel schief gelaufen. Und hast du das Gefühl, auf die Demo gab es irgendeine Reaktion? Nee, noch nicht. Nicht, oder? Nein. Nein, leider nicht. Nein, wir hoffen, dass kommt was, aber ich kämpfe noch natürlich. Und wir wollen noch zurückkommen, wenn es neue Häuser sind, weil die Kinder, die leiden auch viel und die haben Freunde da und die Erwachsenen, die haben viele Netze da und die Ärzte auch da, die wollen noch in vielen Familien zurückkommen. Und wir kämpfen auch noch. Auf den Fotos, hier waren auch gerade Fotos, wo du am 8. Mai zum Gedenktag des Ende des Zweiten Weltkrieges gesprochen hast, an der Gedenkstätte auch für Roma und Sinti in Hamburg. Und du hast auch ein Foto, wo du ein Kranz für die Opfer des rassistischen Mordes in Hanau geschmückt hast. Das hat damals viel mit dir gemacht. Ja. Kannst du erzählen? Wir haben auch in den Fernseher geguckt. Das passiert auch in Hanau mit Roma und mit Romnia. Auch das war wie ein Schock für uns. Wir haben auch getrauert und ich wollte auch gerne dahin gehen. Aber ehrlich zu sagen, ich hatte auch Angst, weil ich bin auch Aktivistin. Und die Frau Mercedes, sie war auch Aktivistin Frau. Und sie hat auch viel gemacht. Und die anderen, auch Jugendliche, das war, das ist wie ein Traum von uns und ein Schock, ehrlich. Und wir haben auch viel zu Hause geredet, mit vielen auch Roma in eine andere Stadt. Wir wollten auch in Hanau gehen, das ging nicht, weil da waren auch viele da. Dann, wir haben auch hier in Hamburg gemacht, was auch in St. Pauli, das war auch eine Rede da. Aber mit der Corona auch schwer. Wir hatten auch Stress mit der Polizei. Und dann war auch mit der Kranz, das war von Herzen. Wir wollten auch da hinbringen, das ging nicht. Und dann, wir haben auch, da gibt es auch viele auch hier in Neue-Gamme, auch in anderen Städten, wo können, wo die haben auch Zinti und Roma auch umgebracht nach dem Weltkrieg. Und du hast auch gesagt, dass du für einen Moment, als du diese Angst gespürt hast, gedacht hast, du musst jetzt aufhören, dich zu engagieren im Romanica Fava. Aber das hast du zum Glück nicht gemacht, sondern du hast weitergemacht. Und vielleicht können wir damit jetzt nochmal zum Romanica Fava konkret kommen und dass du nochmal erzählst, was passiert denn da eigentlich? Was ist das Romanica Fava genau? Was machst du da? Was machen wir da? Was gibt es für Angebote? Die Romanica Fava, ich mache auch jeden Freitag um drei Uhr bis sechs. Und da kommen auch Roma von verschiedenen Ländern, auch von Hamburg. Manche kommen auch von türkischen Leuten, arabischen Leuten da, die brauchen Hilfe. Wir unterstützen natürlich, wir wissen auch nicht arabische Sprache, aber wir haben auch viele Netzwerke. Wir rufen an und dann ist auch die Übersetzung da. Ich kenne mich auch zehn Sprache. Und wenn wir weiß nicht, welche Sprache ist das, aber wir haben auch viele Freunde. Wir helfen auch natürlich jeder Person da, das ist von jedem offen, aber auch nur von Roma extra. Wir helfen Menschen zu begleiten. Wir helfen Menschen in der Metaussenderbehörde, wie kann man auch machen. Oder natürlich mit Ärzten, die wissen nicht, wie. Ärzte nehmen, wie kann man auch schicken, die Ärzte, oder Beispiel in der Schule, wenn es ist auch, welche Briefe zu lesen oder Begleitung, die brauchen. Die haben auch viele Probleme mit der Schule. Also Roma, wo manche sagen, die sagen auch viele, die gehen auch nicht in die Schule und das stimmt nicht, da fehlt was. Oder mit Lehrerinnenproblemen, dann wir begleiten auch die Familie dort und dann wir besprechen. Und das ist auch viel, da Menschen, und ich habe auch viele Freunde, wo die helfen auch. Die Muckri-Straße auch, das ist auch super nett da, wo wir gehen auch weiter. Und natürlich mit den Briefe auch viele, wo kann man auch beantragen, für die Kinder, für die Familie. In die Lager, wie die ist, in die Lager, die lassen noch nicht warme Wasser für die Babys. Oder die brauchen Klamotten für Spende. Vielleicht nochmal kurz Erklärung, dieses warme Wasser bezieht sich jetzt auf eine Geschichte, die wir hatten, dass die jungen Mütter, oder die Mütter mit jungen Babys, durften keinen eigenen Wasserkocher haben und hatten quasi keinen Zugang, um ihren Kindern warme Milch oder so zu bereiten. Das war jetzt gerade erst vor ein paar Wochen das Beispiel, gell? Ja, genau. Die Familie, die war noch von 50 Kilometern von hier, das ist auch ein Lager, hält mir ein bisschen. Horst. Horst, genau, ein Horst. Die war noch die Familie bei uns und dann die haben gesagt, zum Leiter, du musst mir helfen, weil die können auch nicht Wasser bringen, natürlich in sein Zimmer. Und das Jungdam, die haben eingeschaltet. Und natürlich, das ist keine normale Unterkunft wie hier in Hamburg. Das ist ein Lager, das ist ein Lager, die wohnen auch mit anderen Familien. Und das geht nicht so. Dann, wir haben auch mit Jungdam geredet. Wir haben erklärt natürlich, weil die Familie, die wissen auch nicht die Sprache, nur das Jungdam, die waren da. Die wollten seine Kinder nehmen, einen Upport. Und dann, wir haben auch telefoniert und Briefe geschrieben. Das war ganz super schwer. Und jetzt ist es noch ein Lager. Aber ich weiß nicht, wie geht das weiter. Und dann haben wir ja jetzt auch aktuell, gab es ja ganz viel, auch nochmal Protest bezüglich der Unterbringung von Geflüchteten in Lagern und der Corona-Situation, weil es ja oft, wenn es quasi ein paar Fälle, positiven Corona-Fälle in Unterkünften gab, gleich die komplette Lager unter Isolation gestellt worden sind. Und du hast ja vorher erzählt, dass quasi zum Beispiel die Hafenbahn wird abgerissen und es werden quasi Lager, also Unterbringungen geschlossen. Und gleichzeitig gibt es aber Lager wie in Horst oder wie in Rahlstedt, wo sehr viele Menschen zusammenleben und quasi überhaupt keine Möglichkeit ist, irgendwie familiär sich zu isolieren oder Hygienemaßnahmen einzuhalten. Da hast du auch bei einer Demo mitgemacht, richtig? Ja, richtig. Ich habe auch eine Demo gemacht mit Flüchtlingsrat, auch mit Café Nova und mit anderen auch. Also das war auch krass, mit dem Corona, die Leute, ich habe auch nicht die Bilder auch gezeigt, aber ich habe Bilder, die sind auch geschlossen da in Quarantäne. Erstmal, die haben auch gesagt, drei Wochen und dann später, die haben auch verlängert. Und die Familie natürlich, die haben auch andere Termine draußen bei Ärzten oder wo kann man auch seine Kinder bringen, in andere vielleicht Gesellschaft auch, andere was zu gucken. Und die Lager, das ist auch zwei Zaun, ganz groß. Und die sagen, mit Corona, die lassen auch nicht die Familien, aber die waren alle so nah, und die haben keine Milch für seine Kinder. Und wir haben auch viel gespendet, ich habe natürlich gestimmt mit anderen. Er hat mir auch andere, Anna und die anderen auch geholfen mit der Spende. Und wir haben natürlich gebracht, das war ganz wenig, aber er hat auch geholfen. Und die sind auch nicht raus von Quarantäne, die sind noch in Quarantäne, manche. Und das verlängert. Und die sind in einem Zimmer, zehn, 15 Personen, wenn es jetzt ein größeres Zimmer, 15 Personen, und die Kleinen, sieben, acht Personen, mit den kleinen Kindern und mit kranken Kindern. Und die haben auch nicht, die können auch nicht das Baby geben, ein Milch, normales Milch. Wenn die geben, Milch, dann scheitern die Jungdarm. Und darum, die brauchen unsere Hilfe, unsere Unterstützung. Wie kann man auch weiter mit der Spende machen, natürlich. Oder wie kann man schreiben, so Briefe mit Politikern. Was wäre auch sein mit der Familie, mit der Abschiebung. Und natürlich, die haben auch mit der Corona-Abschiebung, mit der kranken Familie da. Und die rufen mich an, einmal und heimlich. Und dann nächste Woche, die waren auch nicht erreichbar mehr. Und ich weiß nicht, wo die Familie jetzt sind. Viele. Ja, es gibt noch viel zu tun. Ja. Es gibt noch sehr viel zu tun. Jetzt haben wir schon sehr viel erzählt. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen auf unseren Spickzettel gucken, ob wir noch was vergessen haben. Aber vielleicht können wir ja nochmal drauf zurückkommen, dass Romani Kafawa hat jetzt, tollerweise, zwei Stellen zum Retter. Und Maya sind angestellt ab jetzt, mithilfe der Polyklinik. Aber es gibt natürlich immer noch ganz viel für die Zukunft. Was sind noch die Wünsche für die Zukunft? Genau. Jetzt für die Zukunft erst einmal die Kinder. Also die Mädchen, die haben auch ein bisschen Probleme. Wenn die Roma-Mädchen gehen in die Schule, das ist so ein Gesetz oder eine Kultur. Und darum, wir haben auch gedacht, wir machen es mit den Mädchen erst einmal und mit den Frauen natürlich. Meine Kollegin Maya, sie macht auch mit der Mädchengruppe und ich mit den Frauen. Das ist auch ein anderes Projekt jetzt. Und mit den Frauen, ich wollte auch von diesen Problemen, wie ich habe auch gesagt, ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen nähen, strukturell unsere Modeschauen zu sagen, für die Mädchen. Ein bisschen Ausflüge machen, Veranstaltungen machen und rede mit der Familie, diesen vielen Stress. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt von mir aus. Aber wenn du noch mehr zu erzählen hast, fände ich nochmal, das Freitagsberatungscafé ist ja in den Zeiten, in denen es nicht Corona ist, ist es ja nicht nur Beratung. Sondern es ist auch ein Zusammenkommen und sich kennenlernen und Vertrauen lernen und sich ausruhen. Warum ist das wichtig? Es ist richtig, diese Roma, wo die kommen und Vertrauen ist schwer zu gewinnen, ehrlich zu sagen. Und das ist das Vertrauen da. Darum, die kommen auch, viele, die haben auch gesagt, wieso machst du sowas, Somletta Roma? Hast du keine Angst vor Gaggi oder sowas? Dann habe ich gesagt, nein, das ist was anderes. Jetzt ist Vertrauen da. Und ich habe ein Gefühl, das ist nicht, wo ich arbeite mit der Poliklinik, mit Gaffinova und mit Teuche. Nur Kollegen, das ist wie eine Familie, so. Und ich betanke mich sehr, ehrlich. Und das ist die Romanikafaba da, von Gesellschaft, von Roma, wo die haben auch nicht gesehen, seine Familie. Zehn Jahre, 15 Jahre, 20. Dann treffen uns da, die kommen da und dann die fragen, wer bist du, wo kommst du dann? Aber die sind auch Familie, manche. Und da ist auch die Romanikafaba auch von sowas, auch von jungen Menschen, auch von jungen Romern, wo die sind auch zweiter Grad, das ist auch Familie, aber die haben nicht gewusst. Und das ist auch, die Romanikafaba ist auch von allen, da ist, wo es auch alle Netze ist. Wo kann man kennenlernen, wo kann man auch reden und wie kann man weitermachen, in Zukunft von anderen Roma zu sagen, wie kann man weitergehen mit anderen Menschen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielleicht, wir haben gesagt, wir wollen am Ende nochmal groß Danke sagen. Sumretta hat das jetzt schon gemacht, aber vielleicht sagen wir auch nochmal, die Fotos, also bis auf die alten Fotos, die Sumretta aus dem kaputten Haus in Montronegro gerettet hat, sind die anderen Fotos alle von Christian Bartsch, der mit Sumretta schon eine ganz, ganz tolle Ausstellung kuratiert hat gemeinsam. Und dann sagen wir natürlich noch Dank an all die Menschen, die Sumretta schon gesagt hat und alle mehr an Sina und Uschi und Mardo und Anna und Mokri-Straße und Café Nova und Polyklinik und Millie. Also das Romanica Fava ist ein großes, großes Netzwerk. Wir sind nur zwei Sprecherinnen für ganz viele. Ja, ich bedanke mich sehr auch von euch, von Einladung und Martina nicht vergessen. Dankeschön. An euch beide, dafür, dass ihr hierher gekommen seid und dafür, dass du so viel auch Persönliches geteilt hast. Mich hat es sehr berührt und ich bin sehr beeindruckt von eurer Arbeit und ja, ich wünsche euch viel Kraft für die Zukunft und macht weiter. Super toll. Ja, damit geht dieser Programmpunkt hier zu Ende und ja, viel Spaß euch noch im weiteren Programm. Ciao von hier. Copyright Untertitel.